Hallo, mein Name ist Sonic und ihr seid hier auf Raps Play. Ey, du Assi. So, komm, den muss ich fangen. Ey, da steht ein Huhn. Ey, da sitzen Menschen. Ey, der hat ein Motorrad. Gib mir das. Scheiße, kann ich nicht aufheben. Egal, ich lauf außen rum. Was ist mit dem... Über das Auto. Über die Boxen. Mann, 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 der ist aber ganz schön flott unterwegs. Hörst du auf? Wow, 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 es vibriert. Was redet ihr denn alle da? Au, du Assi. Au, Mann. Wie? Hä? Ich bin durch den durchgelaufen. Was kommt denn hier? Insekten? Ich krieg dich, du Penner. Bleib stehen. Im Namen der Gerechtigkeit. Ach, scheiße, jetzt macht der dir... So ein Arsch. Da läuft der. Ja? Den krieg ich. Was macht der denn da? Das sieht aber heiß aus. Wow. Ach ja, du Assi. Ähm. Und nun? Oh, da hinten über die Brücke. Und hier hoch, hier hoch. Jetzt kannst du mir gar nicht mehr entkommen, du Assi. Hüpf. Oh. Und nach links. Und geradeaus. Oh. Festhalten. Jetzt keine Scheiße machen hier. Okay. Oh, nein, nein, nein. Nein, nein. Oh, das Auto. Oh, der Polizist hat ihn da rausgejagt. Der schießt uns jetzt nicht hinterher, oder? Nein. Oh, nein. Oh, scheiße. Ist das nicht der Weg, den ich vorhin mit den Drogen in den Tuss? Alter, ist der jetzt schnell gewesen. Oh, oh, oh. Gelaufen bin, meine ich, wollte ich sagen. Ja, ja. Pass auf. Wo ist denn der jetzt hin? Egal, ich laufe einfach hier lang. Und jetzt laufe ich nach links. Die Treppe hoch. Da, da ist er, da ist er. Oh, ich hab dich, du Penner. Oh, 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 oh. Oh, nö. Scheißkiste. Oh, Polizei. Schnell abhauen, abhauen, abhauen. Komm. Ich komm ihm immer näher. Oder jetzt doch nicht mehr. Du blöder Sack, ey. Gut, dass ich alle Wege in dieser Stadt auswendig kenne. Verdammt. Da ist er. Überraschung, Arschloch. Boah, der läuft Treppe hoch. Hinterher, hinterher. Alter, das... Oh, Mann. Haha. Damit hast du nicht gerechnet. Wuhu. Oh, geil. Der Fisch-Scheicher. Bleibst du stehen? Du Sack. Salam Aleikum. Oh, das gibt's doch nicht. Was sind das hier? Oh. Blöde Kiste. Ja, komm weiter, weiter. Wo ist er hin? Da durch. Er hat sich versteckt. Er hat sich versteckt. Was ist das hier? Oh, nee. Hier kam ich her, glaub ich. Der muss doch irgendwo sein. Der kann doch nicht weit weg sein. Oder er hat sich in irgendeinem Gebäude versteckt. Oder unter so einer Burka, wie bei Assassin's Creed. Geh mal weg, du blöder Assi. Äh. Was redet ihr denn alle da? Entschuldigung. Da unten. Da unten geht er rein, okay? So, einmal hier hoch. Dann über den Abgrund. Uuuu. Au. Da ist er. Ja, der springt durch das ganze Teil da. Und bricht sich nicht mal was. Oh. Wuhu. Adrenalin. Oh. Oh Gott. Jetzt krieg ich dich aber. Wuhu. Der ist auch echt flink, der Kerl. Wow, 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 wow. X. Ich hab doch X gedrückt. Wie soll ich sonst springen, wenn ich nicht X gedrückt hätte? Oh Mann. Okay, okay. Jetzt mal wieder hier an dieses Brenn. Ah. Komm, 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 komm. X. Äh, mit Kleiderbügeln. Drei Stück. Oh. Jetzt hab ich dich, du Penner. Oh. Aua. Uh. In die Eier. Oh. Schöne Zuhälterstelle. Bitch slap. Lass mich, lass mich, lass mich. Nein. Ah, der hat, der hat gesessen, du Penner. Oh. Oh, yes. Uh. Ah, das tut weh, das tut weh. Raus da. Raus da ist er, wie bei The Order hier am Anfang. Uh. Tja, da sagst du, da guckst du blöd, hä? Uh. In die. Ah. Uh. Das muss wehgetan haben. Oh, oh, jetzt ist er böse. Oh. 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 Hi. Hummus? Erkennen Sie mich? Nein. Ramesses. Sie sollten mir danken, mein Freund. Ah. Verstand. Danke. Wirklich. Die englische Dame wollte, dass ich sie loswerde. Aber ich bin ein guter. Ich habe ihr Leben gerettet. Und jetzt bin ich der einzige Freund, den Sie ich habe. Aha. Und jetzt meinen Sie, dass ich Ihnen was schulde. Oder? Sehr schlau. Gefällt mir. Sie verstehen sehr schnell. Es ist eine einfache Frage. Ihr Rahmen, die Säulenstand. Ja, natürlich. Wo ist sie? Ich weiß es nicht, Mann. Scheißdreck. Und wenn ich es wüsste, wäre mein Leben nicht viel wert, sobald ich es Ihnen sage, oder? Eine Beleidigung. Sie sind Pirat. Und eine Geschäftsmann. Ein bisschen Respekt, bitte. Na gut, noch einmal. Wo ist Ihr Rahmen, Nathan? Hey. Sie können mich foltern, wie Sie wollen. Okay. Ich kann nichts erzählen, wenn ich nichts weiß. Möglich. Mal sehen, ob Ihr Freund. Vielleicht gesprächiger ist. Was? Welcher Freund? Ihr Freund. Victor Sullivan? Ich will das nicht. In seinem Alter kann das zu viel für ihn sein. Halt! Nein, nein, nein. Sie lassen mir keine Wahl. Vielleicht hängt Ihr Freund etwas mehr an seinem Leben. Halt! Halt! Lassen Sie Sully in Ruhe! Tschüss, Nathan! Füllt Sie nicht an! Jetzt ein bisschen. Für uns ein bisschen. Och nö. Aua. Kapitel 12. Entführt. Willst du uns nicht sagen, was wir wissen wollen, ne? Ich recke. Oh, da geht's direkt los. Da geht's direkt los. Aua. Nein. Mensch, das ist eine Klopperei hier. Im dritten Teil. Das ist ja der Wahnsinn. Und es macht auch noch Spaß. Woo. Alter. Ah, Kreis, Kreis. Was macht der denn da hinten? Der kommt dir gar nicht mehr klar. Aber geil, dass ich einfach als Straßenjunge einen Haufen Piraten verprügeln kann. Ist er wie Batman! Woo. Guck nicht so blöd. Ja, ich seh doch, dass du mich schlagen willst. Macht mir aber nichts. Und du auch. Komm her. Boah. Ja, du hast doch eben fast schon gewählt. Aua. Kommst du näher. Woo. Yeah. Ja, komm. Du kommst auch noch dran. Immer mit der Ruhe. Every time with the silence. Ne, always with the silence. Au. Eisenfaust. Ah, das war mies. Das war mies. Lass mich los. Boah. Sehr schön. Komm. Blacky. Du kriegst die. Auch noch. Zu, älter Stelle. Au. Treten mal nur Mädchen, du Arsch. Sehr schön. Der legt sich auf die Kiste. Oh, in die Eier. Oder der Bauch. Woo. Knapp. Noch einer? Oh. Oh, oh. Der ist groß. Oh, das ist wieder so ein ganz großer. Außer. Woo. Okay, der hält was aus. Egal. Einfach nicht treffen lassen, dann kann mir nichts passieren. Woo. Gerade noch so. Oh, oh. Aufpassen. Zum Glück sind die so langsam. Großen. Woo. Oh, aufpassen. Oh, in die Eier. Das muss wehtun. Geil. So. Jetzt aber schnell raus hier. Wo bin ich denn hier? Sieht aus wie in einem Schiff. Aber gut, wir waren ja auch... Wir waren ja auch bei Piraten. Da hinten geht's hoch. Na gut. Dann geh ich doch mal da hinten hoch. Dann komm ich zu der Leiter da oben. Hier sind Ratten, die Kisten werfen. Hier tropft's auch rein. Also, entweder ist es draußen am Regnen. Oder hier ist eine Wasserleitung undicht. Aber ich glaub... Aber ich bin auf jeden Fall in einem Sch... Ah, nee. Ah, okay, da ist der Himmel. Bin in einem Schiff. Aber anscheinend nicht auf hoher See. Das sieht zumindest nicht so aus. Wow. Spring! 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 Wow! Da ist ein Seil. Komm, da muss ich doch hinkommen. Ja. Okay, das sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus? Okay, keine Waffen drin. Nee, ja, natürlich. Oh. Oh, nö. Geh ich erstmal hier lang? Ach, Dreieck. Sorry. Pass doch auf. Wuhu. Heiliger Crack-Junk. Zum Teufel bin ich. Krass. Also, wenn das hier nicht mal ein geiler Schiffsfriedhof ist. Mitten im Wasser. Die lassen einfach alles untergehen hier, die Scheiße. Egal. Los! Oh! Oh Gott. Wie er mit dem Arm da oben gewedelt hat. Halleluja. So. Wo schwinge ich mich denn hin? Okay. Hier lang? An diese Kette da? An die Kette? An die Kette. Von da nach unten? Dann könnte ich ja da hinten reinschwimmen, oder? Ist das zu weit oben? Ah, tauchen kann ich. Oh. Bin mal da rüber. Lieber hier hinten durch, weil der Kerl, der bestimmt bewaffnet. Hi, Dude. Hat der Waffen dabei? Oh, bitte, bitte, bitte. Keine Waffen? Och, Scheiße. Okay. Wo kam der denn her? Aus dieser geöffneten Tür. Gehe ich mal von aus. So, was haben wir hier? Ach, du Scheiße. Da, der hat definitiv Waffen. Der hat einen Suchscheinwerfer. Okay. Dann runter mit mir. Oh, das wird heftig hier, glaube ich. Da hinten liegen Waffen. Sehr geil. Taub-Präzisions-Pistole. Bleib stehen. Nein. Aua, Aua, Aua. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, von der anderen Seite. Okay. Also, hier sind jede Menge Leute. Und das wird richtig übel. Das wird richtig übel, uns jetzt hier durchzukloppen. Das wird übel. Gut, Sally ist ja bestimmt auch irgendwo versteckt. Erstmal ein bisschen tauchen. Und dann probiere ich mal, das Feld von hinten aufzuräumen. Haben wir mich entdeckt? Und dann probiere ich mal. Duck dich. Ach, krass. Das ist so ein MG-Ding. Nein, 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 nein. Wie komme ich denn da hoch? Da hinten hin Da hinten hin Oh Mann, wie knapp, ey Boah, richtig knapp Fast weg da hingekommen Okay, ein Versuch noch Aber es scheint nicht verkehrt zu sein Von da hinten anzufangen Aber ich sollte vielleicht erst die anderen beiden Kerle da ausschalten Das hat eigentlich ganz gut geklappt eben Und dann von da nach rechts Und dann müsste ich eigentlich gehen, oder? Kacke So, jetzt kann ich mir diese Taupistole da holen Geil Fuck, 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 fuck Ah, ist gut Ich würde sagen, dann probieren wir das das nächste Mal Machen wir das nochmal weiter Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag Und sage STAY PAM Tschüss Anzug Bitte markiere meine Feinde Denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar Denn das ist im Battle wichtig Damit ihr nix verpasst Also tritt mir in den Arsch Damit ich Feinden in den Arsch Trete, schick den Kommentar Denn das heilt und es spart Leben Für mehr Energie Müsst ihr nur Daumen hoch Drücken, denn mein Highscore Kann sich nicht einfach so füllen Ach du Scheiße, ich habe Verbindungspro... Ja, ich habe Verbindungspro...